So, bitte. Wie kannst du überhaupt bei dem Ganzen nicht einschlafen? Wovor hast du Angst? Hm, da sehe ich nichts. Okay, Monstercheck beendet. Ja. Wo? Das war's für heute. Das gibt es schon ewig. Es braucht die Dunkelheit, um sich zu verstecken. Das ist wie mit diesen gruseligen Monstern, von denen man denkt, dass sie unterm Bett sind. Es ist nicht echt. Was soll denn das sein? Das ist das Ding, das irgendwann ihre Kinder holt, wenn sie mal nicht aufpassen. Du glaubst mir. Oder nicht? Was soll das sein? Untertitelung des ZDF, 2020